Shake it down! Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy und ich habe ein neues Video für euch am Start und zwar genau diesen Outfit-Glitch, den ihr dort im Hintergrund sehen könnt. Das einzig Blöde an dem Glitch ist, ihr könnt weder die Schuhe, die Hose noch das T-Shirt ändern. Das ist einfach fest vorgegeben bei dem Outfit-Glitch und die Handschuhe könnt ihr nur am Anfang ändern und auch dort gibt es so drei verschiedene Farben. Aber sonst könnt ihr relativ viel ändern an einem Outfit, also ihr könnt einen Schal ändern oder den Hut oder könnt auch einen Helm aufziehen, spielt alles gar keine Rolle. Ich kannte den Outfit-Glitch davor noch gar nicht, deswegen auch vielen Dank an dich, DannyPixel und LeonSpielt, dass ihr mir das gezeigt habt. Das sind beides auch YouTuber, ich habe mal beide Kanäle unten in der Videobeschreibung verlinkt, könnt ihr auf jeden Fall mal auschecken. So, und ich zeige euch jetzt genau, was ihr dazu machen müsst. Als allererstes geht ihr in euren Kleiderschrank oder in irgendeinen Klamottenladen und geht dann auf Outfits und zieht euch ein heiß Raubüberfall-Outfit an. Also eins von den vier unten. Also entweder Quarantäne oder Gefahrgut, wenn ihr die blauen Handschuhe haben möchtet oder Ausräucherung für die schwarzen Handschuhe oder für die weißen Handschuhe zieht ihr den Forscher an. Je nachdem, was ihr halt dazu machen möchtet. Dann zieht ihr einfach das Outfit an, öffnet dann euer Interaktionsmenü, geht auf Stil, auf Accessoires und ändert mal einmal die Brille. So, jetzt zieht ihr die Gasmaske ab und jetzt könnt ihr irgendeinen Hut anziehen, auf das ihr halt Bock habt. Aber ihr müsst halt wissen, dass nicht jeder Hut mit dem Tuch sich kombinieren lässt. Das zeige ich euch jetzt gerade mal ganz kurz. Und zwar, ich suche mir jetzt erstmal einen Hut aus. Danach ändert ihr wieder die Brille auf keine zurück und dann seht ihr ja schon Hut und Gasmaske gleichzeitig. Jetzt könnt ihr natürlich, wenn ihr halt Bock habt, könnt ihr natürlich noch ein Tuch anziehen, aber dann verschwindet jetzt in dem Fall auf jeden Fall mal der Hut und dann müsst ihr das Ganze halt nochmal neu machen. Also je nachdem, was ihr halt haben möchtet. Falls euch dieses Outfit gefällt, könnt ihr es natürlich abspeichern, aber wenn ihr wirklich noch einen Hut haben möchtet, dann müsst ihr den ganzen Schritt nochmal neu machen und müsst ihr halt noch ein bisschen rumprobieren, bis ihr halt einen Hut findet, der euch gefällt und mit dem es halt auch klappt. Ich zeige euch das Ganze jetzt nochmal kurz mit dem Helm. So, ich habe mich jetzt mal für den Forscher entschieden, damit ich halt die weißen Handschuhe habe, wähle das Outfit aus und gehe dann wieder auf Stil, auf Accessoires, ändere einmal die Brille, gehe dann runter auf Helm und ziehe mir jetzt einfach mal einen Helm auf. Es spielt eigentlich bei den Helmen gar keine Rolle, was für einen Helm ihr macht. Bei mir hat es, glaube ich, mit den Helmen bei allen funktioniert. Also da wüsste ich jetzt nicht, dass es da eine Einschränkung gibt. Dann ändere ich die Brille zurück, dann seht ihr ja schon Helm und Maske gleichzeitig und dann ändere ich noch den Schal oder das Tuch und habe natürlich dann Maske, Helm und Tuch gleichzeitig. Also ich finde den Glitch eigentlich extrem geil, weil er eigentlich super schnell funktioniert und super einfach ist und es kann eigentlich bei jedem funktionieren. Also da kann eigentlich fast keiner was falsch machen. Und wenn euch das gefallen hat, dann lasst mir natürlich ein Like, da würde mich natürlich übelst darüber freuen. Und dann würde ich einfach mal sagen, ich bin raus und wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut's rein, macht's gut, ciao, euer Zeddy.